Weiß hat gerade Turm B5 gezogen und jetzt bist du dran. Was würdest du ziehen mit den schwarzen Steinen? Es geht hier nicht so sehr darum, eine Kombination zu finden, sondern eher den Plan oder die richtige Umgruppierung für alles Weitere. Das ist die Stelle von Vincent Kaimers Partie gegen Jan Schichthoff-Duta im Titled Cup, die mich am meisten beeindruckt hat, wo ich auch erst ein bisschen genauer hingucken musste, bis ich verstanden habe, was Vincent Kaimers hier in Sekundenschnelle aufs Brett spielte. Und Vincent Kaimers hatte ja nicht so richtig einen super erfolgreichen Jahresabschluss bei der Rapid- und Blitz-Weltmeisterschaft. Das war, um es mal milde zu formulieren, durchwachsen. Umso schöner, dass er jetzt bei einem Blitzturnier mit einem großen Erfolg das Jahr gestartet hat. Denn er hat den frühen Title Tuesday gewonnen am Dienstag, 9. Januar, vor Leuten wie zum Beispiel Hinkaruna Kamura, den er im Laufe dieses Turniers geschlagen hat. Und insofern hat er da auch ein Ausrufezeichen gesetzt in den schnellen Bedenkzeiten. Vor der letzten Runde lag Vincent einen halben Punkt hinter der Spitze. Und diese Spitze, die wurde gebildet von einem, nämlich von Jan Schichthoff-Duda. Das heißt, Vincent Kaimers musste mit Schwarz gegen Jan Schichthoff-Duda gewinnen, wenn er selbst noch das Turnier gewinnen wollte. Und das ist die Partie, die wir uns jetzt angucken, so im Kontext von Vincents erfolgreichem Jahresauftakt. Ich nehme an, dass wir uns am Wochenende noch eine Vincentspartie angucken werden. Denn dann ist ja Bundesliga und da wird er wahrscheinlich spielen. Und vor allen Dingen beginnen dann auf diesem Kanal die Donchenko-Wochen. Denn dann ist Weigernsee und Alexander Donchenko spielt da im Masters. Und den Rest des Januars werden wir da insofern nicht viel Vincent sehen, sondern stattdessen in Weigernsee herangucken. Bevor dann der Vincent Februar anfängt, in dem er ja zwei Turniere spielt. Die Freestyle-Chess-Goat-Challenge, wenn ich das richtig in der richtigen Reihenfolge aufgesagt habe. Das 960-Turnier an der Ostsee. Und dann das Prager Schachfestival. Beides edel besetzt, beides sehr spannend. Da freue ich mich drauf. Aber vorher machen wir hier Donchenko im Januar. Und bevor wir damit anfangen, machen wir jetzt nochmal Keimer. Jan Schichthoff-Duda, WM-Kandidat 2022. Worldcup-Sieger, Weltklasse-Spieler. Polnische Nummer 1 gegen Vincent Keimer im Title-Tuesday am 9. Januar. Vincent Keimer hat schwarz. Und wir schauen uns das aus Vincents Perspektive an. Es begann mit Springer F3, Springer F6, C4, E6, G3, D5, Läufer G2. Läufer G2 repräsentiert eine Einladung, jetzt den D-Bauern zu nehmen und ihnen noch einen weiter nach vorne zu stellen. Nämlich D4. Womit schwarz sich gleich ein wenig Raum abgreift. Auch diese zentrale Konstruktion des Weißen ein wenig hemmt. Und das Ganze in so eine Benoni-Verteidigung mit vertauschten Farben überführt. In der ja eigentlich, wenn wir uns den Benoni von weiß vorstellen, der weiße E-Bauer auf E4 steht und der schwarze auf E5 stehen müsste. Schwarz argumentiert hier, die Benoni-Aufstellung, die ist so günstig für mich, dass ich das Ganze sogar mit einem Tempo weniger spielen kann. Und tatsächlich ist das auch der Hauptweg, das mit den schwarzen Steinen zu spielen. 0-0. Hier ist eine Weggabelung. Wenn ihr diesen Kanal aufmerksam verfolgt und den Grand Swiss hier gesehen habt, dann wissen wir, im Grand Swiss gegen André Esipenko spielte Vincent hier Springer C6. Und lief dann in diese Neuerung E3, E5, E4, D5 Figurenopfer. Denn schwarz kann jetzt ja auf F3 rausnehmen und hängt noch einer und so weiter. Das hat der André Esipenko auch für Vincent Keimer vorbereitet und hat eine Glanzpartie gewonnen. Dieses Abspiel mit Springer C6, das ist wahrscheinlich bei Vincent in der Werkstatt. Und es gibt hier ja die gute Alternative, hier C5 zu spielen, wie es Vincent auch schon einige Male gemacht hat. Auch gegen sehr, sehr starke Leute. E3. Weiß muss das schwarze Zentrum ein wenig anhebeln und befragen und Druck dagegen aufbauen. Sonst kommt Weiß hier nicht so ordentlich im Spiel und hat einfach nur weniger Raum. Springer C6. Hikaru Nakamura hat an dieser Stelle mal Turm E1 gespielt, was dann zu einem eher misslungenen Experiment führte. Er hat dann trotzdem gewonnen. Es war eine Blitzpartie gegen Vincent Keimer. In dieser Partie geht es mit E schlecht, D, C schlecht, D, D3 weiter. Und wir haben diese typische Benoni-Struktur erreicht, in der Schwarz halt noch dieser Zug E5 fehlt. Er spielt es also sozusagen mit einem Tempo weniger. Erstmal H6, den schwarzfeldrigen Läufer rauslassen. Turm E1 auf die halb offene Linie. Läufer D6. So ein kleiner Kampf um das Feld E5 entbrannt. Denn Schwarz will natürlich E5 spielen. Und Weiß kann das auch nicht dauerhaft verhindern. Und muss ich insofern noch andere Pläne und Hebel suchen. Und es ist ja ganz klar, die weiße Bauernmajorität, die ist am Damenflügel. Drei gegen zwei. Und man will versuchen, da zu spielen, wo man stärker ist. Und insofern ist ein weiterer Zug, der Verweis auf der Agenda steht, B2, B4. Und Springer A3 bereitet den auf eine Weise schon vor. Denn der Springer soll nach C2 wandern. Und es soll B4 folgen. Und ein Gedanke davon ist auch, in dem Moment, wo sich dieser Springer hier verabschiedet und auf B4 einen rausknipst, ist ja der D4 nicht mehr gedeckt. Insofern Springer A3, C2, das typische Multifunktionsmanöver, was versucht, den D4 unter Druck zu setzen und B4 zu unterstützen. Und B4 verhindert Vincent mal gleich auf radikale Weise. Und zieht an dieser Stelle A5, A3. Weiß insistiert, möchte gerne B4 spielen und auf Dauer kann es Weiß auch nicht verhindern. Und macht insofern E5. Und damit ist dieses Thema, dass Weiß jetzt den D4 aufs Korn genommen hat, erstmal erledigt. Denn der Bauer steht jetzt da, wo er stehen soll. Und macht nebenbei noch dem Läufer C8 freie Bahn. Turm B1. Wie ich schon sagte, er insistiert auf B4. Aber man kann es zwar nicht verhindern, aber man kann es in der Form verhindern, dass Weiß nicht zu B4 kommt und dann hier diese B4, C4 Phalanx stehen hat, die eine Menge Felder am Damenflügel kontrolliert und schon bereit steht, auf die eine oder andere Weise weiter vorauszumarschieren, indem man A4 spielt. Weiß kann jetzt zwar B4 spielen, aber da kommt halt A schlecht B. Und Weiß hat die offene B-Linie, Schwarz hat die halb offene A-Linie. Und diese Phalanx auf B4, C4 wird hier nicht entstehen. Die Stellung ist immer noch bekannt und die hat es schon ein paar Mal gegeben. Auch Magnus Carlsen und Vincent Keimer hatten die schon auf dem Brett. Und Weiß hat hier zwei Möglichkeiten weiterzukommen. Die eine ist hier Springer B4 zu spielen. Wie es Magnus Carlsen im Title Tuesday 2022 mal November 2022 gemacht hat. Turm E8, Läufer D2, Läufer F5. Das zeigt auch schon an, wie es für Schwarz weitergehen soll. Denn der schwarze Brake, der in der Stellung liegt, der ist E4. Den werden wir auch in dieser Partie sehen, wie Vincent den vorbereitet und versucht durchzusetzen. Und so kam das auch in dieser Partie gegen Magnus Carlsen. Hier Turm E8, Läufer F5. Die unterstützen das alle, dass der E-Bauer mal voran marschiert. Und nach H3, Läufer B4, Läufer B4, E4 war es schon soweit. Und Schwarz steht hier schon deutlich angenehmer. Auch wenn Vincent diese Blitzpartie gegen Magnus Carlsen dann verlieren sollte. Die Alternative zu Springer B4 ist hier B4 zu spielen. Das macht Jan Schichthoff-Duda auch. B4, den nimmt Schwarz raus. So war es der Plan. Denn man möchte nicht diese sehr schönen Leute hier stehen lassen. Das würde Weiß gut gefallen. Sondern die Idee, darum hat er Schwarz A4 gespielt, ist, den dann hier en bassant rauszunehmen. Beispiel Springer B4. Hat vielleicht schon mal die Idee, auf D5 reinzuspringen und Unruhe zu stiften. Und der B3, der läuft ja nicht weg. Den kann Weiß nach Belieben einsammeln. Turm E8. Da beginnt jetzt auch schon die Vorbereitung, irgendwann mal E4 zu spielen. Dame schlecht B3. Das ist sozusagen die Neuerung, wenn man so will. Selbst bis hier hatte es das schon gegeben. Dame schlecht B3, was ja der naheliegende und gute Zug ist. Den hat es an dieser Stelle noch nicht gegeben. Und Läufer F5, wie wir das eben schon in der Carlsen-Partie gesehen hatten. Denn Schwarz möchte früher oder später gerne E4 spielen. Springer D2. Und so beginnt der Kampf um das Feld E4. Weiß trachtet das zu verhindern, indem man den Springer zurückzieht. Die Kontrolle über das Feld E4 verstärkt. Und das Ganze hat noch den Nebeneffekt, dass der Läufer jetzt freie Bahn hat. Und hier hängt sogar ein Springer C6, B, C. Läufer C6 liegt in der Luft. Gut, insofern muss man den decken. Und das macht man gerne mit Dame D7, was die Türme verbindet. Und auch hier so eine kleine Batterie aufbaut. Für den Fall, dass man mal die weißfertigen Läufer tauschen möchte. Dame C2, Läufer H3, da ist er schon. Das Feld E4 ist erstmal sinnvoll oder wirksam unter weißer Kontrolle. Insofern nimmt Schwarz für den Moment. Abstand von seiner Idee E4, die er natürlich weiterhin verfolgt. Und bietet erstmal einen Abtausch der weißfertigen Läufer an. Dem weicht Schwarz aus. Und für Schwarz ist es in der Zeit, ein bisschen umzugruppieren. Sachen anders hinzustellen. Winzer spielt Springer E7. Springer A2 macht sich wieder die B-Linie auf. Der Bauer B7 hängt. Insofern muss Schwarz den decken. Turm A B8. A4, Springer G6. Und der Springer auf G6. Man könnte denken, ja, aber steht der da nicht herzlich sinnlos? Weil hier hat doch weiß alles unter Kontrolle. Na, so klar ist das nicht. Nach Turm B5 zum Beispiel. Könnte man durchaus auf die Idee verfallen, hier Springer F4 zu spielen. Das sind so taktische Gedanken, die in der Stellung liegen. Weil den darf man halt nie nehmen. Wegen Dame G4 Schach. Nebst. Matt im nächsten Zug. Andererseits kann weiß das hier alles so stehen lassen und es geht nicht groß weiter. Er könnte zum Beispiel dann mit seinem Zug, der E seine Idee ist, mit seinem Zug Springer B4 fortsetzen. Darum hat er nämlich Turm B5 gezogen. Er möchte gerne, hatte ich eben ja schon gezeigt, Springer B4 und vielleicht mal über Springer D5 nachdenken. Und das macht er natürlich lieber, wenn der Turm dann etwas aktiver steht, als dem Turm die B-Linie zu verbauen. Darum Turm B5. Und das ist die Stellung, die wir eingangs des Videos gesehen haben. Und Vincent spielt hier Dame C7. Und Dame C7 habe ich so auf Anhieb gar nicht so richtig begreift. Und das wirkt gegen die weiße Idee Springer B4, wie mir dann irgendwann aufgefallen ist. Denn nach Springer B4 käme Läufer D7. Das Feld D7 ist geräumt. Und das ist ein ganz wichtiger Faktor des Zugs Dame C7. Dass das Feld D7 für den Läufer frei ist. Und wenn weiß jetzt dann da reinspringt mit Angriff auf die Dame. Dann hat dieser Läufer über D7, C6 eine andere Diagonale gefunden. Und plötzlich hat der Turm auf D5 keine Felder mehr. Und selbst abgesehen von dieser taktischen Feinheit, dass jetzt Springer B4 neben Springer D5 nicht so gut geht, weil weiß dann schon Material verliert, ist das eine ganz generelle Idee des Zuges Dame C7. Das Feld D7 räumen, den Läufer auf die lange Diagonale bringen, den Kollegen neutralisieren. Und dann kümmern wir uns wieder um unseren Vorstoß E4. Ja, Springer B4 geht nicht so gut, haben wir gerade gesehen. Duda spielt Springer E4. Was soll er machen? Er hat ein bisschen weniger Raum. Er will sich entlasten und Figuren vom Brett nehmen. Aber das macht Schwarz in diesem Fall ganz gerne den Abtausch. Denn dadurch ist der F-Bauer geräumt. Und auch das spielt Schwarz in die Karten, wie wir gleich sehen wollen. Jetzt kommt erstmal Läufer D7, Turm B1. Und dann kann sich nämlich der F-Bauer sofort in Bewegung setzen. Läufer D5. Ja, hier ist natürlich dieses Feld D5. Das ist immer das einzige Asset, das Weiß hat. Aber so besonders viel droht er nicht. König H7. Und jetzt steht er da schön drin, aber strahlt im Grunde ins Leere. Das wäre wirksam, wenn Weiß Spiel gegen den Schwarzen König organisieren könnte. Kann er aber nicht so richtig. Läufer D2, Läufer C6. Zumal ja gleich der Läufer nach C6 geht. Und die sind auf D5 eingepflanzten Kollegen neutralisiert. Und in dem Moment, wo jetzt der gute Jan Schischauf-Duda versucht, seine Dame besser zu stellen. Ich sagte ja eben, der Läufer D5 ist wirksam, wenn es hier irgendwie Spiel gegen den König gibt. Und insofern soll die hier rüberfahren. Aber damit ist halt die Kontrolle über E4 weg. Und diese Gelegenheit nutzt Vincent Keimer sofort aus. Und das wird auch so gleich taktisch schwierig für Weiß. Also wahrscheinlich, wenn wir hier Schachfreund Maschine fragen, der sagt uns, es ist wahrscheinlich am besten hier D schlecht E zu spielen. Und dann um dieses schwarze, gewaltige schwarze Zentrum herum ein paar Figuren, Spielideen zu finden. Aber die Weiße Stellung ist schon traurig genug. Und als Mensch spielt man das nicht, weil man will als Weißer nicht da sitzen und sich diese beiden angucken. Das geht nicht. Insofern sucht Duda hier nach anderen Chancen. Ich mache jetzt diese lange Vorrede, weil jetzt kommt gleich das Maschinenfragezeichen, wenn ich mich nicht irre, da ist es schon. Weil die Maschine halt sagt, man soll hier D schlecht E spielen. Aber D schlecht E ist so hässlich. Und er hatte ja gerade Dame D1 gespielt und wollte die Dame überführen. Insofern ist das nur logisch und menschlich, was er hier spielt. Nur kann es schwarz hier schon fast ausknipsen. E3 ist hier sehr, sehr stark. Und jetzt tauchen taktische Ideen auf. So richtig nehmen kann man den nämlich nicht. Dann gibt schwarz sehr schöne Qualität und spielt Läufer C5. Fesselt den an. Kann bei Bedarf den Druck auf den E3 verstärken. Wenn Turm B E1 kommt, kann man das auch mit Dame B6 noch verstärken. Man gewinnt hier die Qualität zurück und steht überwältigend oder in Worten der Maschine bei minus 4,6. E3 ist hier sehr, sehr stark. Also es geht schon konkret. Vincent macht erstmal einen anderen guten Zug, der nicht ganz so konkret und nicht so stark ist. Aber auch gut. Turm E5. Der droht hier Abzüge auf die Dame. Der droht hier einen Bauern rauszuknipsen. Und Weiß hat schon mehr Probleme, als er lösen kann. Auch wenn objektiv nach Maschinenmaßstäben halt hier E3 schon noch besser gewesen wäre. Aber Turm E5 ist ein guter Zug. D schlecht, E F schlecht. E weiß sich jetzt nicht anders zu helfen, als diesen Abtausch zuzulassen. Gebt mir der Dame nach G4. Turm B E8. Der soll jetzt laufen. Und das lässt sich auch nicht so richtig verhindern. Und wir ignorieren jetzt mal die Maschinen-Fragezeichen. Denn das ist schon alles sehr sauber vorgetragen. Springer B4. Läufer B4. Turm B4. CD5. Den D5 nehmen wollen wir nicht so gerne. Weil dann hängt der E4. Aber hier gibt es halt einen guten Zug. Aber der ist gut genug. Nämlich E3. Und der ist schon mehr oder weniger der Ausknipser. Denn die weiße Stellung fliegt jetzt auseinander. F E D E. Läufer C1. An dieser Stelle hat Schwarz das wunderbare Dame C3. Was mit Sicherheit bei E3 schon vorausgeplant war. Und das Ganze lässt sich nicht mehr halten. Also ganz objektiv betrachtet hängt hier nur ein Turm. Aber was will man mit dem machen? Es droht halt der loszulaufen. Insofern kann man schlecht von der E-Linie runtergehen. Aber mit der Dame kann man auch nicht zurückziehen, den Turm decken. Dann hängt der. Und man kann den Turm auch nicht nach E2 ziehen. Dann hängt der. Also bei weiß hängt sozusagen alles. Und ja, hier kam noch der Verzweiflungszug. Turm schlecht E3. Aber nach Dame schlecht C1. Gab sich Jan Schischt auf Duda dann geschlagen. Und Vincent Keimer hatte den Titel Tuesday am Dienstag 9. Januar gewonnen. Geteilt müssen wir dazu sagen. Es war ein geteilter Sieg. Es waren noch einige andere Leute punktgleich. Aber mit dieser Partie hatte er den Tabellenführer entthront. Und sich selbst nach ganz oben geschoben. Und das war doch ein schöner Jahresauftakt, den ich euch nicht vorenthalten wollte. Der Sieg gegen Nakamura in der Runde zuvor, der war nicht so toll. Da hat Nakamura mehr oder weniger die Partie weggestellt. Aber diesen, den fand ich sehr, sehr schön. Vor allen Dingen, weil mir dies Dame C7 so gut gefallen hat. Wo ist es denn? Dame C7. Dame C7, was das Feld D7 räumt und diese Umgruppierung vorbereitet. Woraufhin es dann für schwarz wunderbar weiterläuft. Das war schon stark. Und insofern nach der schlechten Blitz-Weltmeisterschaft. Und jetzt gleich mal im Blitz, mit einem Blitzerfolg das Jahr 2024 eingeläutet. Was wollen wir mehr? Ich hoffe, das hat euch so gut gefallen wie mir. Danke mich fürs Zuschauen. Und wir sehen und hören uns hier auf diesem Kanal sehr, sehr bald. Spätestens, wenn Weig an See mit Alex Saladonschenko losgeht. Bis dahin, macht es gut. Danke. Ade. Und jetzt? und